Hallo zusammen, im heutigen Video geht es um den Schmelzpunkt. Den Siedepunkt habe ich bereits im Video davor euch gezeigt. Das Video habe ich jetzt auch noch mal verlinkt. Schaut euch das auf jeden Fall auch noch an. Heute gucken wir uns aber den Schmelzpunkt an. Der Schmelzpunkt ist der zweite wichtige Punkt neben dem Siedepunkt. Denn auch bei jedem Stoff ist der Schmelzpunkt etwas anders. Einen Siedepunkt kann ich ja relativ einfach bestimmen. Habt ihr im anderen Video gesehen. Einen Schmelzpunkt zu bestimmen ist etwas aufwändiger. Deswegen zeige ich euch das heute jetzt einfach mal mit Paraffin, mit Kerzenwachs. Da kann man das wirklich sehr gut sehen und sehr gut zeigen. Ich werde jetzt gleich mein Paraffin in dem Reagenzglas hier in ein Wasserbad tauchen, das ich erwärmen werde und werde dabei die Temperatur messen. Wenn es soweit ist, dass mein Wachs komplett geschmolzen ist, werde ich die Temperatur ausschalten, die Hitzequelle darunter ausschalten und werde einfach nur noch abwarten. Der Punkt, an dem die Hälfte meines Wachses nachher fest ist und die andere Hälfte flüssig, das ist der sogenannte Schmelzpunkt. Das ist der Punkt, an dem ein Stoff beginnt zu schmelzen oder eben zu erstarren, also diesen Übergang zu haben. Wie das Ganze aussieht und funktioniert, zeige ich euch jetzt. Okay, das ist der Punkt, das ist der Punkt, das ist der Punkt, das ist der Punkt. Okay, das komplette Wachs ist jetzt geschmolzen. Jetzt kann ich den Gasbrenner ausschalten und warten, bis das Wasserbad runtergekühlt hat, damit ich dann quasi feststellen kann, wo bei welcher Temperatur halb festes Wachs, halb flüssiges Wachs vorhanden ist. Und das ist dann unser Punkt, unser Schmelzpunkt. Das dauert jetzt wieder ein paar Minuten. Ich lasse es wieder als Zeitraffer laufen, beziehungsweise ich überspringe auch einen Bereich, weil da passiert es nicht so viel, man sieht nicht so viel. Ganz kurz noch, warum habe ich das Ganze in einem Wasserbad gemacht? Das hat verschiedene Gründe. Grund Nummer eins, ich kann das so sehr langsam aufwärmen und habe so ganz klar die Temperatur. Grund Nummer zwei, das ist auch ein Sicherheitsgrund, dass ich das Ganze hier so testen kann. Und Nummer drei, so kann ich den Thermometer in das Wasserbad mit reinstecken und muss den Thermometer nicht in dem Fall das Paraffin mit reinstecken, denn wenn ich das in das Paraffin mit reinstecke oder in einen anderen Stoff, kann sein, dass entweder das Messgerät, in dem Fall der Thermometer Schaden nimmt oder dass der sehr stark verdreckt wird und ich ihn immer wieder sauber machen muss. Und so ist das Ganze kein Problem. So kann ich die Temperatur einfach ganz einfach bestimmen. Ein Problem gibt es dabei, wir haben eine leichte Ungenauigkeit. Also die Temperatur wird nicht zu 100 Prozent genau dem Literaturwert entsprechen. Aber wir werden den ungefähr höchstwahrscheinlich rausfinden. Man kann jetzt gut sehen, dass das Wachs wieder beginnt fest zu werden und zu erstarren. Das heißt, bei dem Punkt gleich, wo ich halb flüssig, halb fest habe, dort ist der Schmelzpunkt oder eben der Punkt, wo es erstarrte, weil man nennt das Ganze eben den Schmelzpunkt, dort ist wirklich genau der Punkt, wo der Stoff beginnt zu schmelzen. Den haben wir jetzt auch erreicht, wenn wir jetzt genau drauf schauen. Wir liegen jetzt hier bei 51 bis 52 Grad um den Drehen. Wie gesagt, durch das Glas in dem Reagenzglas könnte es sich natürlich ein bisschen auch verfälschen, aber so im Groben stimmt das Ganze so um ein, zwei Grad. Ihr seht, deutlich aufwendiger, wie die Siedepunktbestimmung ist, die das Schmelzpunkt ist. Aber auch das ist ein wichtiger Punkt, um für einen bestimmten Stoff das eben rauszufinden, um den bestimmen zu können. Könnte ich jetzt auch mit anderen Stoffen machen, aber da der Versuch so aufwändig ist, belasse ich es jetzt mal bei dem Paraffin. Das war jetzt der Versuch zum Thema Schmelzpunkt. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.